in Prozent Leute gibt Gas Mann keine Angst man das hat schon 120 der Typ fährt hier Ohr sieht der hässlich aus ein Rocker auch nicht sind gleich in den Dönerwagen gleich die fahren fast gute 80 wir sind am Dönerwagen vorbei wir fangen gleich in B-Loft rein na super Alter ich bin jetzt gleich am Dönerwagen oh ja gibt Gas gibt Gas er fährt gleich in B-Loft rein ist jetzt aber rechts ne nicht nicht rausschießen er fährt rechts über die er fährt zu der zum Kraftwerk fährt er okay verlegt mal der hätte jetzt eine Granate dabei gehabt er fährt genau zum Kraftwerk Mann nicht dass er mich hier rausschießt oder so der ist am Kraftwerk keine Ahnung ein Buddy oder so noch hier keine Ahnung er ist am Little Bird wo fährt der hin der dreht ich sehe dich da hinten er hält an er will hier einparken oder sowas ich bin bei mir auf wo 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 Industriebeamilie ja 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 der will hier einparken oder irgendwie was ich bin auf jeden Fall dort in der Nähe gespawnt und dann schlug drauf zu ich hab alles aus seiner Leiche gefahren und äh ab und zuerst aus hallo 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 ich hab den Typen rausgeschossen Gion hieß der Naja Ding fährt weiter Naja hast du sie gleich Stahl da ist ich hab die ganze Zeit Logo für BR gemacht dafür Pass auf äh ja Engine ist noch voll ja ja ich fahr ich fahr ich fahr warte warte nehm ich mit ich fahr schon mit der Wartelwarte boah war das gerade ne Action ja dann kommt zurück ich fahr schon mit der Wartelwarte ich fahr schon mit der Wartelwarte ich fahr schon mit dem